Hier! Hm? Was? Warte! Ich bin heute zu Mikey gekommen, um abzuhängen, aber... Hey Mikey! Mikey, mach auf, Kumpel! Oh hey, was gibt's? Öffne die Tür! Klar! Oh, danke! So! Hm? Das ist dein Haus? Übrigens, warum ist dein Haus von einem massiven Zaun umgeben? Wieso? Ja. Zur Sicherheit! Ich hab ihn gemacht, um mich vor Dieben, Zombies und anderen schrecklichen Dingen zu schützen, die mich holen wollen. Aha, ich verstehe. Ja, das macht Sinn. Sieht so aus, als würde er dir wirklich Sicherheit geben. Ich weiß! Weißt du was, JJ? Ich habe vor, etwas viel Cooleres als das hier zu machen. Viel Cooleres? Na gut, wie wär's damit, Mikey? Lass uns das stärkste Sicherheitssystem aller Zeiten bauen. Es wird so stark sein, dass wir keine Angst haben müssen, egal was kommt. Das klingt großartig, JJ! Lass es uns tun! Okay, fangen wir mit dem stärksten Sicherheitshaus an, das hier gebaut wurde. Los geht's! Ich habe mir vorgestellt, dass dieses Sicherheitshaus wirklich modern und neu sein würde. Wenn es das stärkste Sicherheitssystem sein soll, müssen wir Laser und Fallen einbauen. Ja, das klingt gut! Lass uns ein paar starke Verteidigungsanlagen bauen, damit wir ruhig schlafen können. Was sollen wir zuerst machen? Nun, da wir über Sicherheit sprechen, sollten wir etwas schaffen, das schützenswert ist. Klingt gut! So, siehst du die Schutztruhe? Das wird das Wichtigste sein, das wir beschützen. Legen wir Wertsachen hinein! Oh, was denn? Ich werde später mal nachsehen, was du reingetan hast. Ich bin trotzdem sehr neugierig, was drin ist. Lass uns einen Plan ausarbeiten, wie wir den Schatz schützen können. Ich möchte, dass es modern aussieht, also nehme ich Quarzblöcke. Oh, cool! Gute Arbeit! Wir sollten auch einige Eisenblöcke verwenden und dafür sorgen, dass sie vollständig umschlossen sind. Aber sicher! Und was die Gesamtgröße angeht, denke ich nicht, dass wir sie zu groß machen müssen. Das ist gut! Oh, nice! Hier? Perfekt! Etwa so? Ja, genau so! Ich denke, es ist ziemlich gut! Dann lass uns das Haus so groß machen! Sicher, das funktioniert! Ich bin gespannt, was für ein Hauswärmeende bauen werden! Es ist wichtig, vorauszuplanen, aber ich denke, ich werde mich erst einmal auf das Haus und später auf die Sicherheit konzentrieren. Also gut! Lass uns dieses Haus modern machen! Zuerst werden wir den gesamten Boden mit Quarzblöcken bedecken! Unglaublich! Hm! Hm! Gute Arbeit, Mikey! Genau wie das hier! Das sieht fantastisch aus! Lass es uns ausfüllen! Wow! Ich kann jetzt schon sagen, dass das unglaublich wird! Ja, genau! Bis jetzt sieht es ziemlich schick aus! Ist das nicht großartig? Ja, das ist es, Mikey! Schauen wir es uns kurz an! Also dann, lass uns anfangen zu bauen! Ja! Bauen wir den ersten Stock von hier aus auf! Etwa so! Wir müssen ein paar Säulen bauen! Hm! Das sieht gut aus! Etwa so? Ich denke schon! Lass uns einfach diesen Block umsetzen! Nice, nice, nice! Hm! Der erste Stock kann unser Wohnzimmer sein! Okay, das macht Spaß! Was? Was kommt als nächstes? Hm! Was meinst du dazu? Zum Beispiel so! Hm! Hm! Was ist los? Ich mache den oberen Rahmen! Ah! Nice! Danke! Ich möchte, dass es auf dieser Seite mehr Verbindungen gibt! Okay, okay! So! Es ist ein bisschen schwierig, aber ich möchte den Rand so gestalten! Na klar! Großartig! Wow! Ja! Sieht gut aus! Ja, es sieht schon ziemlich schick aus! Wir sind mit dem ersten Stock fertig! Warum machen wir nicht mit dem zweiten weiter? Beginnen wir zuerst mit dem Bau des Rahmens! Ich bin gespannt, wie sich das Ganze entwickelt! Dieses Haus wird die stärksten Sicherheitsvorkehrungen der Welt haben! Aber es wird auch eine sehr moderne Basis haben! Es ist wichtig, das Haus zu bauen! Ja, das stimmt! Die Decke wird nur aus halben Stufen bestehen! Die stärkste Sicherheit! Bringen wir es zu Ende! Stufen? Sehr schön! Das bedeutet, dass der Rahmen für die erste Etage endlich fertig ist! Und jetzt wird die Basis für die zweite Etage ausgefüllt! Wir haben es geschafft! Der zweite Stock soll besonders schick sein! Auf geht's! Yeah! Schick, schick, schick! Außerdem gibt es im zweiten Stock eine Menge Platz, den wir nutzen können! Komm schon! Hm? Du meinst, so wie hier? Ja! Ha! Wie ist das? Etwas in dieser Richtung! Was nun? Hier noch eins! Lass uns ein paar Räume auf dieser Etage machen! Ah! Das klingt nach einer guten Idee! Machen wir es! Toll! Genau so! Wir haben links und rechts getrennt! Unglaublich! Wow! Also dann! Ich will mit ein paar Zimmern anfangen! Klingt gut! Mit dieser Technik habe ich mich kürzlich beschäftigt! Ich setze die Wände einen Block von den Säulen entfernt! Auf diese Weise sieht es besonders schick aus! Guck dir das an! Fantastisch! Danke! Ich verstehe schon! Es sieht gut aus! Es fällt wirklich auf! Total! Wir werden diese Seite auch so machen! Oh! Richtig! Genau so! Das sieht ziemlich gut aus, oder? Oh! Sehr schön! So! Alles fertig! Sieht gut aus! Ja! Das denke ich auch! Was nun? Hm! Okay! Jetzt wo wir mit dem zweiten Stock fertig sind, denke ich, dass es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt ist, bald mit dem dritten Stock weiterzumachen! Wir sollten den zweiten Stock noch fertigstellen! Vielleicht noch einen Garten anlegen, um es schicker zu machen! Was für ein Haus wird das sein! Interessant! Nun zum dritten Stock! Richtig! In der dritten Etage machen wir eine große Kurve! Die ersten beiden Stockwerke sind ein wenig quadratisch und steif, also dachte ich, es wäre am besten, wenn wir im dritten Stock ein paar Kurven einbauen würden! Außerdem habe ich mir gedacht, dass wir hier irgendwo ein riesiges U-förmiges Fenster einbauen könnten! Aber wie? Ich möchte auch die Farbe ändern! Nehmen wir Schwarzstein! Wir werden dafür sorgen, dass die U-Form riesig ist! Genau so! Als nächstes werde ich ein paar Treppenblöcke verwenden, um den gebogenen Teil zu bauen! So ist es gut! Genau so! Ich verstehe! Es sieht schwer aus, aber wenn wir es langsam angehen, können wir es schaffen! Ja! Das ist schwierig! Ich bin verwirrt, obwohl ich derjenige bin, der es macht! So! Sehr schön! Etwa so? Haha! Nun, solange es größtenteils übereinstimmt, ist es in Ordnung! Es sieht aus wie ein U! Siehst du? Genau so! Okay! Ja, das ist richtig! Es sieht toll aus! Juhu! Die Verbindung ist perfekt! Ja! Das ist ziemlich genial! Jetzt müssen wir es nur noch etwas länger machen! Es sieht schon toll aus! Wow! So cool! Das ist Kunst! Juhu! Wir haben unser Meisterwerk fertig gebaut! Toll! Als nächstes fangen wir an, Glas an der Decke anzubringen! Also gut! Wie ist das? Das sieht so unglaublich aus! Ja, stimmt! Nun denn, lass uns das ausfüllen! Ich übernehme diesen Teil! Hm... Ich werde sie so platzieren? Es ist erstaunlich, wie ausgefallen wir in Minecraft werden können! Gut gemacht! Wir sind fast fertig, Mikey! Wir haben noch keine Sicherheitsvorkehrungen getroffen, aber das Haus ist trotzdem fantastisch! Haha! Es ist wahr! Wir haben noch keine Security! Aber unsere erste Priorität ist das Haus! Okay! Ja! Das ist wichtig! Ich würde sagen, unsere Basis ist endlich fertig! So! Jetzt setzen wir im Grunde überall Fenster ein! Ich denke, wir sollten hier das Schlafzimmer einbauen! So! Perfekt! Wow! Die ganze Sache sieht großartig aus! Wahrscheinlich müssen wir auch diese Fenster hier austauschen! Erledigt! Hm... Wow! Nice! Sieht toll aus! Gehen wir zurück in den ersten Stock und setzen ein paar Fenster ein! Los geht's! Genau so! Das ist großartig! So! Sind wir jetzt fertig, Mikey? Aha! Wir sollten hier eine Leiter anbringen, damit man leichter zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk hin und her gehen kann! Wow! Toll! Also dann! Hier drüben... Lass uns diesen Bereich zum Schlafzimmer machen! Ich werde das Bett machen! Oh, danke! Jetzt können wir hier hochklettern! Wir müssen auch einen Eingang machen! Lass uns eine Eisentür einbauen! Hm... Druckplatte... Hm... Was soll das für ein Raum sein? Ein Arbeitszimmer? Ja, sicher! Warum nicht? Gut, dann machen wir es! Werden wir uns konzentrieren können? Ich denke, wir werden uns hier gut konzentrieren! Es ist schon fast fertig, also lass uns einen Eingang bauen! Für den Eingang habe ich mir gedacht, wir sollten ihn vorne bauen! Ja, lass uns hier ein paar Türen einbauen! Toll! Wir haben den Eingang fertig! Ja! Ich will hier wohnen! Es sieht schon richtig gut aus, aber wir müssten auch an der Innenausstattung arbeiten! Los geht's! Hier drin ist die Schatztruhe, die wir schützen müssen! Ja, das ist der wichtigste Teil unseres Plans! Wir sollten einen Käfig um ihn herum bauen! Wow! Wow! Keiner kann es jetzt erreichen! Jawohl! So ist es gut! Mit diesen Eisenstangen ist unsere Schatztruhe nun komplett gesichert! Wir haben es geschafft! Ich bin froh, dass das jetzt erledigt ist! Als nächstes wollen wir das Innere weiter ausbauen! Wir werden unsere Verteidigungsanlagen als letztes einbauen, also dekorieren wir erst einmal nur den ersten Stock! Wir müssen noch ein Wohnzimmer und eine Küche einbauen! Du kannst die Stühle dort aufstellen und ich baue die Küche hier drüben! Okay! Na gut! Ich benutze dieses Feuer und mache einen Ofen! Nun denn? Gute Arbeit! Ich werde einen Räucherofen direkt daneben stellen! Und dann einen Kessel! Und schließlich werde ich einen Kühlschrank bauen! Dieser Haken wird unser Wasserhahn sein und wir ignorieren einfach die Tatsache, dass er aus dem Kühlschrank kommt! Okay! Es sieht so aus, als wäre es endlich fertig! Wow! Das ist wirklich eine vollfertige Küche! Jetzt ist es fertig! Hast du hier eine Couch gemacht, Mikey? Wahnsinn! Das ist der Hammer! Wir werden auch einen Esstisch brauchen, also machen wir einen hier! Ich mache ihn so! So, weil er so nah an der Küche steht, können wir unsere Mahlzeiten gleich nach dem Kochen essen! So schick! Dieses Haus ist fantastisch! Ja! Als nächstes sollten wir den Ort mit einem Endstab verschönern! Hm, schicke Hausbeleuchtung komplett! Jetzt, wo der Endstab angebracht ist, sieht es so aus, als wäre unser Wohnzimmer komplett eingerichtet! Fantastisch! Der zweite Stock ist das Schlafzimmer! Was für ein anderes Zimmer sollten wir hier einrichten? Ich weiß, JJ! Ein Bad! Wir brauchen eins, um sauber zu bleiben! Dann lass uns mit dem Bau beginnen! Lass uns hier etwas Wasser hinmachen und sehen, was passiert! Juhu! Es ist undicht! Ist es das? Oh, das tut mir leid! Mikey, es ist undicht! Sollen wir eine Dusche machen? Könnten wir... Ich baue es von außen auf! Oh, nice! Danke! Und jetzt? Bringen wir das in Ordnung! Okay! Das scheint gut zu sein! Es sollte funktionieren, da wir es auf die richtige Weise gemacht haben! Was glaubst du, wo ich dieses Mal das Wasser hineingetan habe? Da? Nice! Ist das gut so? Wow! Das ist die ausgefallenste Dusche aller Zeiten! Das ist schlecht! Danke! Danke! Okay! Wir sind endlich mit dem Bad fertig! Und ich finde es richtig gut! Und hier ist das Schlafzimmer! Das Schlafzimmer ist wichtig! Ich will es entspannend machen! Lass uns hier Holz reinlegen! Dieses Zimmer ist sehr elegant! Ja, das ist wahr! Hier ist eine Laterne! Oh, es sieht so aus, als hätte es angefangen zu regnen! Warte! Du vergisst einen wichtigen Teil des Schlafzimmers! Mhm! Schau! Was tust du, bevor du ins Bett gehst? Was? Ein Buch lesen, richtig? Ja, das stimmt! Ja, Bücher! Ja, fast hätte ich das Lesen vergessen! Wie konnte ich nur! Das sind eine Menge Bücherregale! So, fertig! Das Schlafzimmer ist fertig! Alles erledigt! Als nächstes sollten wir uns überlegen, wie wir nach draußen kommen! Gibt es denn keinen Weg, der von hier aus nach draußen führt? Du musst nach draußen? Hm, wir könnten eine Geheimtür bauen! Warte, Mikey, komm her! Kannst du mir bitte ein paar Ranken geben? Ja, sicher! Oh, ich weiß! Ich glaube, ich weiß, was du vorhast! Wir werden sehen! Aber ich habe wahrscheinlich recht! Was ist der Plan? Naja, warten wir einfach, bis die Ranken wachsen! Okay, lass uns reingehen! Aber wir versuchen, hier lang zu gehen! Also gut, wie ist das? Es ist ziemlich offensichtlich, aber es ist trotzdem eine Geheimtür! Ja, das ist die immer noch! Einfach durch die Ranken! Hm! Durch das Grün gehen? Grün bedeutet los, richtig? Ja, Grün bedeutet los! Also kannst du direkt durch die Ranken gehen, um einzutreten! Grün heißt los! Geh durch das Grün! Grün heißt los! Also gut, wir haben das Innere des zweiten Stocks fertiggestellt! Wo im dritten Stock sollen wir unser Arbeitszimmer einrichten? In der Nähe des Eingangs! Wir sind nicht den ganzen Weg hergekommen, um zu faulenzen! Wäre es nicht nachlässig, wenn wir es neben den Eingang stellen würden? Das ist nicht faulenzen! Das ist einfach Stühle bauen! Wir machen einen aus einem Lagerfeuer, einer Falltür und einem Zaubertrank! Ist das okay? Danach bauen wir eine Falltür ein! Nice! Hm, es ist ein bisschen eng! Hier ist ein Arbeitstisch, Mikey! Danke! Ich stelle meinen auf diese Seite! Nice! Ich werde es mit einem Wurfdrang löschen! So, ich denke das sollte funktionieren! J.D., ich hatte gerade eine Idee! Was ist das? Ein Lesepult! Das ist eine großartige Idee! Das werde ich auch machen! Siehst du? Sieht nach einem guten Platz zum Lernen aus! Was für andere Forschungsgeräte können wir hier unterbringen? Ich werde einen Kartentisch erstellen! Dieser Ort hat sich zu einem fantastischen Arbeitsbereich entwickelt! Wer hier lernt, muss wirklich schlau sein! Oder? Wir brauchen etwas, das unseren Augen hilft! Soll ich eine Laterne auf den Schreibtisch stellen? Wie wäre es damit? Hier! Super! Danke! Unsere Augen werden schlechter, wenn es kein Licht gibt! Im Dunkeln zu lernen ist schlecht für dich! Es sieht so aus, als wäre hier alles fertig! Jetzt wo es fertig ist, sieht es wirklich toll aus! Das war's! Hast du eine Ahnung, was wir als nächstes tun werden? Als nächstes? Oh ja! Es ist eine Zeit, die Sicherheit zu verbessern, nicht wahr? Zeit für Security! Also, lass uns die Schatztruhe sichern! Ich muss mich nur noch für ein paar Sicherheitsvorrichtungen entscheiden, die wir verwenden werden! Und was? Was? Was willst du aus? Lass uns ein Loch graben! Na klar! Los geht's! Um das ganze Ding herum? Ganz drumherum! Ja! Das sieht gut aus! Oh! Oh! Sind das Creeper? Was machen die denn da unten? Das ist so gefährlich! Lass sie uns einfach zuschütten! Jetzt machen wir die Lava rein, Mikey! Lava? Lass uns die Lava überall verteilen! Nur nicht auf dem Haus! Hast du das verstanden? Oh! Aber sei vorsichtig! Au! JT, du brennst! Hier geht es gut! Okay, es ist alles mit Lava gefüllt? Ich schätze, das bedeutet, dass wir unsere Lava-Grabensicherheit abgeschlossen haben! Wie genau kommen die Leute rein? Wir springen? Ja, springen! Uah! Da! Siehst du? Heißt das, dass wir fertig sind? Nein, noch nicht! Was noch? Wir haben etwas sehr Wichtiges vergessen, Mikey! Wir brauchen ein Leuchtfeuer! Und etwas rosafarbenes Glas! Und schließlich ein paar Eisenblöcke! Hier ist der Plan! Wir stellen eine Laserabwehr auf! Das verstehe ich nicht! Guck dir das an! Die Eisenblöcke sind in Dreiergruppen aufgestellt! Ich brauche hier noch drei! Sehr gut! Nun denn! Ich muss ein Leuchtfeuer oben draufsetzen! Als nächstes wird das Leuchtfeuer anfangen zu leuchten! Es regnet wirklich! Wenn wir dann das rosa Glas auf das Leuchtfeuer legen, wird der Laser auch rosa! Wow! Wow! Ja genau! Lass uns noch mehr Leuchtfeuer wie dieses bauen und sie im ganzen Haus aufstellen, damit es überall solche Laser gibt! Wow! Das ist eine großartige Idee! Drei mal drei Eisenblöcke! Etwa so! So ist es gut! Jetzt ist es Zeit für das Leuchtfeuer und den rosa Block! Das Leuchtfeuer wird einen hellen rosa Strahl in den Himmel schießen! Und noch einen! Los geht's! Oh! Die Lava fällt rein! Hm? Das ist in Ordnung! Funktioniert es? Wahnsinn! Die Lava umgibt es! Hm! Toll! So! Das sieht perfekt aus! Dieses Haus ist unglaublich! Wir sind mit den Lasern fertig! Unser Haus ist super sicher! Super! 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 Kaushiel bauen! Das ist total genial! Ha! Ich hatte grad eine Idee, JJ! Wir können uns in der Lava aufwärmen, richtig? Ja klar! Und dann... Oahhhh! Jahren abkühlen! Ja! Selbst wenn wir ausrutschen und in die Lava fallen! Ah! 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 Wir werden einfach schnell ins Wasser gehen! Jetzt müssen wir nur noch die Sicherheitsvorkehrungen für das Innere des Hauses treffen. Wir müssen alle Räuber bestrafen, die versuchen, die Schatztruhe zu stehlen. Ich will eine raffinierte Falle aufstellen. Ich werde hier ein Hebelsystem anbringen und immer wenn es gezogen wird, fallen die Räuber in eine Grube. Das bedeutet, dass ich eine Menge graben muss, bevor die Falle fertig ist. Sie werden hier herunterfallen und für immer darin festsitzen. Was meinst du dazu? Krass! Nutzen wir TNT? Klar, damit können wir ein Loch machen. Verängstigend? Na dann, auf geht's! Ich werde tapfer sein! Los geht's! Wow! Wird das funktionieren? Ich denke schon! Wow! Ich denke, das sollte tief genug sein. Wenn du einen Hebel ziehst, bist du normalerweise einen Block entfernt. Also möchte ich, dass der Boden hier durchfällt. Das macht Sinn? Dann also genau hier. Hm, was kommt als nächstes? Ich muss etwas Redstone-Staub hier hin machen. Da. So. Wir werden den Redstone-Schaltkreis hier fortsetzen. Jetzt ein Kolben. Kolben? Schauen wir mal hier. Ich werde den Repeater einrichten und den Redstone durchlaufen lassen. Oh nein, die Lava! Das ist schlecht! Oh oh! Toll! Wir haben die Redstone-Linie rübergebracht. Kein Problem. Um einen Block versetzt. Das Signal wird unterbrochen, also brauchen wir einen weiteren Repeater. So. In Ordnung. Versuchen wir es noch einmal. Das ist knifflig. Das ist knifflig. Hm. Es endet in einem ziemlichen Chaos. Fast. Hier. Jetzt brauchen wir nur noch das Signal. Schließen wir die Redstone-Linie an und... Oh. Zuletzt schließen wir dieses Loch. Okay, lass mich erklären, was ich gerade getan habe. Siehst du den ganzen Redstone-Staub da unten? Jep. Es ist alles verbunden. Alles ist miteinander verbunden. Dieser Hebel... Wow. Dadurch werden die Kolben unten aktiviert. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich diese ganze Vorrichtung mit Sand bedecken werde, damit niemand die Falle kommen sieht. Ich habe es verstanden. Denn Sand ist... Oh, ich weiß. In Minecraft schweben die Blöcke in der Luft. Auch wenn sich nichts darunter befindet. Aber wenn es keine Blöcke gibt, die den Sand halten, dann... Die Schwerkraft bringt ihn auf den Boden. Es gefallen. Das ist richtig. Oh. Wenn die Kolben zurück in die Wände gehen, fällt der Sand herunter. Wer auch immer versucht, unseren Schatz zu stillen, wird diesen Schalter drücken. So. Und der Boden fällt unter ihm weg. Oh, wow. Das ist das coolste Ding überhaupt. Also gut. Das bedeutet, dass wir uns jetzt überlegen müssen, wo sie landen, wenn sie fallen. Hä? Was ist denn das? Wenn die Häuber hinfallen, denken sie, oh, ein Schatz, und versuchen, ihn zu öffnen. Und dann... Peng! Ist das TNT? Ich kann nicht glauben, dass du eine Redstone-Kiste auf das TNT gestellt hast. Unglaublich! Es ist keine Truhe, aber sie sieht wirklich echt aus. Perfekt. Nun denn? Wir sind fertig. Ja, die Fallgrube ist komplett. Zur Sicherheit haben wir auch noch die Truhenattrappe. Okay. Ich denke, wir haben die bestmögliche Sicherheit. Oh, Moment. Ich habe etwas vergessen. Was? Gehen wir ins Arbeitszimmer. Was braucht ein Arbeitszimmer? Was, 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 was? Hä? Eine Katze? Eine Katze! Wirklich? Oh, ich schätze, es ist schön, mit einer Katze auf dem Schuss zu lernen. Glaubst du, dass dies genug sind? Katzen? Ich glaube, das sind zu viele. Mehr, 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 mehr! Zu viele! Wirklich? Oh, warte, Mikey. Sie werden in die Lava fallen. Wir können sie nicht rauslassen! Richtig, ich kann einen Befehl benutzen, um alle Katzen wieder ins Haus zu bekommen. TP. Wenn ich ihn aktiviere, kann ich die Katzen zu mir ziehen. Niemals! Das war ziemlich cool, nicht wahr? Wir sind fertig. Ja, das stimmt. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt erkläre ich dir alles. Ja, erkläre. Wow. Also, wir haben auf der Außenseite ein paar rosa Laserleuchtfeuer angebracht. Vorsichtig. Ich will sie nicht anfassen. Sonst kriegst du Schaden. Diese Strahlen sind auch eine wirklich gute Möglichkeit, um Feinde in der Nähe einzuschüchtern. Ja, das ist wahr. Als nächstes haben wir einen Lavagraben, der das gesamte Gebäude umgibt. Nice! Alle Zombies oder Spinnen oder andere Kreaturen, die nicht springen können, fallen direkt hinein, so wie hier. Und wenn wir hineinfallen, ist der Pool gleich da. Wow, so stark! Wir werden uns gleich abkühlen. Okay, als nächstes gehen wir rein ins Wohnzimmer. Die Küche ist da drüben. Unsere Couch ist der beste Platz zum Entspannen unter unserer schicken Lichtquelle. Das ist wie Kunst. Ja, wie Kunst. Hier ist unsere Schatztruhe. Aber der Schatz ist immer noch ein Geheimnis. Nur Mikey weiß, was drin ist. Ja, ich denke, das reicht im Moment. Großartig! Wenn ein Dieb auftaucht, wird er sich denken, oh, wenn ich den Hebel ziehe, wird er den Käfig aufschließen und ich kann an den Schatz kommen. Aber wenn er daran zieht... Auch! Perfekt! Er wird durch den Sand fallen und sich dann denken... Noch eine Truhe! Glück gehabt! Und dann wird er sie öffnen... Aber genau das wird das TNT darunter auslösen! Wow! Wow! Einfach so! Nun denn? Zweiter Stock! Das Schlafzimmer. Wir haben Bücherregale, ein Bett und hier drüben ein Bad. Wir können uns in der Badewanne entspannen und dabei den Blick nach draußen schweifen lassen. Oh ja, hier drüben haben wir tatsächlich eine Geheimtür. Sie ist mit Ranken bewachsen, aber sie ist nicht echt. Grün heißt los! Ja, du kannst einfach durch die Ranken nach draußen gehen. Hier ist die Leiter, die in den dritten Stock führt. Hier drüben ist unser Arbeitszimmer. Wenn wir die Tür öffnen, werden die Katzen entkommen, also gehen wir hier rein. Oh, schön! Das sieht toll aus! Ja, gleich am Eingang gibt es ein Arbeitszimmer. Mein Schreibtisch steht da drüben, aber das ist schwer zu erkennen, weil er mit Katzen übersät ist. Und Mikey's Schreibtisch ist dort. Jupp, das ist richtig! Perfekt! Willst du testen, was passieren würde, wenn wir von Zombies angegriffen werden? Klar! Wenn unsere Security funktioniert, bedeutet das, dass sich unsere harte Arbeit gelohnt hat. Okay, Mikey, warum schaltest du nicht einfach auf den Survival-Modus um? Ich habe umgestellt! Lass uns auf die Nacht warten. Die Laser und die Lava machen unser Haus nachts so hell. Mikey, ich mache Zombies! Oh! Wie ist das? Kein Problem! Ja? Komm her! Oh! Toll, ich kann mich einfach im Pool entspannen. Oh, kinderleicht! Oh, diese Zombies scheinen ein Kinderspiel zu sein, hm? Ist alles in Ordnung? Hast du keine Angst, dass du in die Lava fällst? Ah! Beeil dich! Raus da! Oh! Ah! Oh nein! Was machst du denn da? Warum bist du nicht einfach in den Pool gesprungen? Solange wir hier drin sind, sind wir von den Zombies sicher. Wir können sogar auf der Couch entspannen, wenn wir wollen. Das ist das beste Haus aller Zeiten! Das beste! Hm, es sieht so aus, als hätten wir wirklich das ultimative Sicherheitshaus gebaut. Es wird uns nichts passieren, egal wie viele Zombies oder Räuber auftauchen. Wir haben es ihnen gezeigt! Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, uns einen Like zu hinterlassen und unseren Kanal zu abonnieren. Und versuche, dein eigenes Sicherheitshaus zu bauen, um zu sehen, wie es wird. See ya! Bye-bye! Lauf, Mikey! Wenn euch das heutige Abenteuer gefallen hat, lasst einen Like da und ein Abo. Außerdem kannst du uns auf Twitter, Instagram und TikTok besuchen. Wann immer du willst, mit den Links in der Ecke. Danke fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal!